Dagebi ist lesbisch? Dagebi ist lesbisch? Ist Dagebi lesbisch? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Die Antwort ist... Liebe Freunde, einen wunderschönen Arbeitstag wünsche ich euch. Heute mal von meiner Perspektive aus. Wir machen heute wieder Makatze dokumentiert den Arbeitstag. Einfach Buddy Edition. Makatze sitzt nämlich da und recherchiert heute für uns. Der schaut heute, was so mit Batman geht. Da ist er, da sitzt er. Der Denker am Arbeitsplatz. Wir sind heute mit großer Kamera unterwegs. Das Ding sieht richtig dick aus. Da wird man, kriegt man direkt 5 cm dickeren Penis. Und länger selbstverständlich auch. Also nicht, dass es uns an Länge irgendwie mangelt oder sowas. Aber man kann ja nie genug haben. Wir haben übrigens heute was ganz feines dabei. Das hat der Nick mitgebracht aus der Uni. Was ist das denn? Das ist eine Funkstrecke, liebe Freunde. Und diese Funkstrecke ist da zu da, über Funk einen Weg zu überstrecken. Und dann haben wir hier diese wunderschönen kleinen Mikrofone. Die kann man dann hier dran knippeln. Und dann hat man einen perfekten Ton für perfekt weiche Haut. Wow. Danke. Product Placement von welcher? Sennheiser. Sennheiser. Ich glaube deutsche Firma ganz gut. Ganz deutsch. Kaufen, 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 kaufen. Das gute Wirtschaft gut in Deutschland. Und irgendwann können wir wieder für sportbillige Preise tanken. Ja, unser Product Placement Amazon Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Selbstverständlich für diese unglaublich tollen Mikrofone. Wir haben ja dann auf jeden Fall... Guten Tag. Wir haben ja dieses Video hier, was gerade aufgenommen wird. Das kann auch irgendwann hochgeladen werden. Ja. Dann können wir einfach hochladen. Scheißegal, einfach hochladen. Einfach, wir laden. Hallo. Ich verspreche, das wird hochgeladen. Und wenn ihr das hier seht, dann ist es nämlich hochgeladen. Ja, es ist hochgeladen. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Sag mal irgendwie ein Schlagwort, damit wir das in die Videobeschreibung reinpacken. Sowas wie Hitler oder Titten. Ähm. Dagebi ist lesbisch. Dagebi ist lesbisch? Ist Dagebi lesbisch? Ist Dagebi lesbisch? Ist Dagebi lesbisch? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Die Antwort ist... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tschüss. Beda ist log. Beda ist live. Erstmal bitte ganz erotisch. Allein lesbisch. Äh, liebe Freunde. Nik rastet gerade richtig aus. Was hast du gemacht? Einmal hab ich gemacht! Weil der Soße hart auf der Hose. Ich leg das mal hin und lass einfach mal laufen. Über die Scheiße auf der Hose! Was? Ganz rot! Was ist los? Ja, die Scheiße ist auf der Hose! Sollst du nicht auf die Hose scheißen? Wo bist du denn gerade? Ja, geh die Scheiße grad! Überall! Alles ist voll! Was ist denn passiert? Ja, was? Scheiße! Ganz nah aneinander gehen! Professionell der PokéDoc verbreitet ist! Lass dich ange ange! Ange ange! Unge Freiheit! Abends! Ein ganz normaler Samstag! Liebe Freunde, das war's mit dem Vlog von diesem Mal! Abonnieren, favorisieren! Ihr könnt auch einen Masturbierler entlegen! Ich zeig euch jetzt meinen Penis! Und tschüss! Dreck!